45 das Magazin. Ich grüße euch. Wird es heute besser klappen mit dem Sprechen? Schreibt Shadow. Nein, das ist der Stand der Dinge. So für die nächsten paar Monate geht das jetzt noch so seltsam sprechend weiter. Aber ich habe es schon mal erwähnt, das ist tausendmal besser als es schon war. Ja, gut, aber ich erwarte jetzt keine großartige Steigerung mehr. Ist natürlich auch blöd, denn heute muss ich tatsächlich viel lesen. Darum hier am Start die Lesebrille. Macht mal ein bisschen mehr Sinn, dann tue ich mir einfach leichter. Aber ja, lange, lange Pause mit 45 das Magazin. Endlich geht es wieder weiter. Und heute habe ich keine Ahnung, wie ich mit den 45 Minuten hinkomme. Wie meist. Aber entweder viel zu kurz oder viel zu lang. Irgendwas davon könnte passieren. Denn es gibt ein einziges Hauptthema. Dieses Hauptthema, das ist schon recht ein größeres Skriptum dann geworden. Und wir lassen uns einfach überraschen, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch heute ein Titel der heutigen Folge. Hätte er doch weiter geraucht? Ja, es gibt Momente im Leben, wo man sich denkt, wenn die Person weiter geraucht hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Warum? Das kommt natürlich jetzt hier im Laufe der Sendung raus. Ja, heute ist der 20. April. Und beim 20. April fallen dem einen oder anderen vielleicht ein paar Dinge ein, die am 20. April so passiert sind im Laufe der Geschichte. Als Kleinigkeit, damals großes Thema, am 20. April 1998 erklärt die RAF ihre Auflösung. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es gibt am 20. April Geburtstagskinder. Und ein Geburtstagskind, Adolf Scherf, ehemaliger österreichischer Bundespräsident, 1890 geboren. Adolf. Damals war der Name Adolf noch gesellschaftsfähig. Ich glaube, heute wird niemand mehr sein Kind so taufen. Und das bringt uns auch zum heutigen Thema. Dem Mann hier. Beziehungsweise dem, was die App PixArt ausgibt, wenn man die KI befragt nach rauchender Hitler. Warum der da laut PixArt jetzt hier so Joint-mäßige Zigarette quer durchs Maul stecken hat, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht war das im Zweiten so in. I don't know. Das auf jeden Fall ist das heutige Thema. 20. April ist natürlich auch der Geburtstag von Adolf Hitler. Und jetzt habe ich mir überlegt, also E-Zigarette und Nazis, das Thema ist schnell durch. Da passiert nichts, da kommt nichts. Ja, haben wir nichts. Aber das Thema Tabakkonsum im Dritten Reich und Umgang im Dritten Reich mit dem Thema Tabak, das ist ein umfangreiches Thema. Weit mehr, als ich es mir erwünschen durfte. Wie ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, kam ich auf eine Bachelorarbeit. Auf die beziehe ich mich hier heute. Von einem Mann namens David Curtin, nehme ich mal an, spricht man ihn aus. Vom Institut für Geschichtswissenschaften aus Berlin. Also ich danke für diese Arbeit. Auch wenn ich ehrlich sein muss, ein Einser wird es nicht gewesen sein, aber nicht inhaltlich gemeint, sondern die Rechtschreibfehler hätte man nochmal durcharbeiten können. Diese Folge wird sich also mit der im Dritten Reich durchgeführten Kampagne zur Bekämpfung des Rauchens sowie deren Auswirkungen auf die Bevölkerung auseinandersetzen und jetzt die Denker-Pose einnehmen. Weiß nicht, ob ich die schon jemals hier aufhatte? Im Stream? Wahrscheinlich schon. Aber es ist langsam nötig. Auch ich gehe auf den 49 zu. Nicht sprechen, nicht sehen. Wunderbare Mischung. Alt werden macht Spaß. Also. Damals. Noch nicht Zweiter Weltkrieg. Eher davor. Die Kampagne zur Bekämpfung des Rauchens ist nicht nur durch ein Bewusstsein für deutsche Gesundheitsfragen gekennzeichnet, sondern ebenso Ausdruck der NS-Ideologie. Es sollte ein menschliches Ideal bekräftigt werden, welches den Willen äußert, den deutschen Konsum und das tägliche Verhalten der Konsumenten zu lenken. Keine Angst, es wird alles noch deutlich verständlicher. Zumindest inhaltlich. Immerhin. Der Tabakkonsum geriet mit der Rassenideologie des Naziregimes in Konflikt, da man hier die Ansicht vertrat, dass der Tabakkonsum eine Degeneration der deutschen Rasse verursachen würde. Die Tabakindustrie, ebenso wie der einzelne Tabakkonsument, waren also hin- und hergerissen zwischen der nationalsozialistischen Ideologie und der Demonstration individueller Konsumwünsche der Bürger im Dritten Reich. Ich bin ja noch Generation, dass ich jetzt hier in der Verwandtschaft genug Leute noch hatte, die natürlich den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und ich sage es mal gleich vorweg, davon waren 99% immer noch Raucher, auch im hohen Alter. Also gleich mal so vorweggenommen, wie erfolgreich war denn diese Kampagne überhaupt? Also ich kenne niemanden, der im Zweiten Weltkrieg war, dort eben wirklich auch an der Front war und nicht schwerer Raucher war. Nur so nebenbei. Aber dazu kommen wir auch nochmal. Bei dem ganzen Thema kommen wir auch nicht an den Themen der Rassenideologie vorbei. Keine Angst, das machen wir jetzt nur ganz kurz. Was war der Idealtypus im NS-Regime? Das menschliche Ideal spiegelt die Vorstellung eines idealen Verhaltens eines Individuums innerhalb einer Gesellschaft wieder und kann sich innerhalb dieser einem kollektiven Ideal annähern. Was bedeutet jetzt diese Rassenideologie und Reinheitspolitik? Da müssen wir uns kurz ansehen, die Evolutionstheorie nach Darwin. Und da ging es um eine Selektion, das heißt, der Stärkere gewinnt. Der vermeintlich Bessere und Stärkere, das heißt, man ist immer in so einem Konkurrenzdenken, einen biologischen und man muss also dann davon ausgehen, dass man immer das Ziel hat, die eigene Art am Leben zu erhalten und eben die schwächere, von mir aus auch kränkere, wie auch immer Spezies zurücklässt. Ich glaube, da kann man sich dann so darauf einigen. Diese Theorie der Evolution führt eine große Anzahl von Theoretikern dieser Zeit zu der Überzeugung, dass Rassenhygiene notwendig sei, um die Rasse zu fördern und gleichzeitig die Fortpflanzung hin zu einer perfekten Rasse zu gewährleisten. Um dieses Rassenideal zu erreichen, muss es durch Blut gereinigt werden. Das Thema Blut ist für die NS-Ideologie ein ganz wichtiges Element. Der Schutz des Blutes symbolisiert die kollektive Bindung und die Einbeziehung der Individualität in den Entgiftungsprozess. Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti formulierte das Ziel, dem Gemeinwohl Vorrang vor der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse zu gewähren. Für Hitler war es wichtig, dass der Einzelne die Verantwortung für die kollektive Seele übernimmt und Lebenshaltung beibehält, um die Rasse zu schützen. Der völkische Staat hat die Rasse in den Mittelpunkt des allgemeinen Lebens zu setzen. Er hat für ihre reine Haltung zu sorgen. Er hat das Kind zum kostbarsten Gut eines Volkes zu erklären. Er muss dafür Sorge tragen, dass nur der, der gesund ist, Kinder zeugt, dass es nur eine Schande gibt, bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen. Ja, also, da kommt schon einiges Kranke durch. Rauchen wurde also bald zu einem Feindbild Hitlers. Der Zusammenhang zwischen dem Rauchen und den schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit ist seit Ende der 20er Jahre bekannt, nachdem eben ganz viele wissenschaftliche Studien hierzu durchgeführt wurden. Fritz Lickhind gilt als einer der Pioniere, die an detaillierten wissenschaftlichen Studien über die Auswirkungen des Tabaks auf den menschlichen Körper mitgewirkt haben. In seiner 1929 erschienenen Arbeit Tabak und Organismus erläuterte er eben die Wirkung des aktiven und passiven Tabakkonsums. Mit Bezug auf diese Studie beginnt das NS-Regime eine Politik, die darauf abzielt, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, den Schaden des Konsums zu bekämpfen. Die Verbindung zwischen Lungenkrebs und Tabakkonsum hat das Dritte Reich zur Förderung der Forschung zur Bekämpfung dieser Krankheit veranlasst. Der Appell des Reichsjugendführers Baldur von Schirach von 1939 an die deutsche Jugend, ihr habt die Pflicht gesund zu sein, kann insofern als Schlüsselbegriff der Gesundheitskampagne des NS-Regimes angesehen werden, dass die individuelle Verantwortung gegenüber der Autorität des Regimes aufgehoben wird. Bis zu einem gewissen Punkt spiegeln sich hierin die Gesundheitsfragen wieder, die das Konzept des idealen Menschen widerspiegeln, das von der nationalsozialistischen Ideologie diktiert wird. Gesundheit dürfe deswegen nicht mehr als eine Frage der individuellen Zuständigkeiten, sondern als eine Frage der individuellen Verpflichtung verstanden werden. Die Tabakindustrie versuchte ihrerseits den Diskurs über das Rauchen zu beeinflussen, indem sie Zigaretten beispielsweise mit Filtern entwickelten und somit den Eindruck erweckten, dass diese gesünder seien. Nachdem sich schadstoffabsorbierende Mundstücke und Zigarettenhalter schon seit langem eingebürgert hatten, kam 1934 die erste richtige Filterzigarette auf den Markt, die F-58, der Firma Kosmos in Dresden. Muss gestehen, das Bild kannte ich schon, hatte da aber noch keine Idee, dass das in irgendeiner Form etwas mit der nationalsozialistischen Zeit oder eben mit diesem Gedanken zu tun hatte, dass man Rauchen eben vermeintlich gesünder machen wollte. Das Laboratorium des Hauses Reemsma arbeitete acht Jahre an der Entwicklung eines Zigarettenfilters, der schließlich 80 Prozent der Giftstoffe zurückbehielt. Abgesehen davon, dass die Tabakindustrie an der Qualitätsverbesserung beteiligt war und Maßnahmen ergriff, um die Schädlichkeit des Tabaks zu verringern, konnte die Industrie es nicht vermeiden, ins Visier der Naziregierung zu geraten. Unter der Leitung von Karl Aster, Rektor der Uni Jena und enger Anhänger der nationalsozialistischen Rassenideologie, wurden 1939 Forschungen zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens vorgenommen. Er stellte die Uni Jena in den Mittelpunkt und forderte sie auf, den Kampf gegen den Tabak zum Forschungsschwerpunkt zu machen, den er persönlich als Aufgabe des Nationalsozialismus sah. Bevor er sich mit dem rassischen Gebrauch der Tabakbekämpfung auseinandergesetzt hat, sollte zuerst klargestellt werden, dass Assimilation mit rassischen Konnotationen, also Nebenbedeutungen damals in der Gesellschaft üblich waren. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass es unterschiedliche Rassen gibt, die unterschiedliche Wertigkeiten besitzen und die deutsche Gesellschaft hierarchisieren. Tabak wurde also als Gift des deutschen Volkes, aber auch als Parasit dargestellt. Der Tabak verkörperte, und so wurde es auch wirklich schriftlich festgehalten, eine Versuchung des Teufels, der durch den Akt des Rauchens die Menschen durch die Sucht, die Nikodin bei Rauchern auslöst, einsperrt. Der Kampf gegen das Rauchen wurde daher als ein Mittel genutzt, um die rassistische Botschaft gegen die jüdische Gemeinde zu vermitteln, indem Tabak als ein jüdisch angesehenes Element verteufelt wird. Zeitungen und Zeitschriften wie reine Luft auf der Wacht oder dicke Nussgifte verbreiteten die Rassenideologie, indem sie die jüdische Gemeinde mit der Nikotinsucht in Verbindung brachten. Also, da ging es jetzt natürlich nicht um, unser Volk muss gesund bleiben. Da ging es jetzt rein, um mal wieder die jüdische Gemeinde anzuklagen und ihr Vorwürfe machen zu können, um sie danach natürlich bekämpfen zu können. Der antisemitische Diskurs gegen den Tabakkonsum wurde insbesondere in einer Hetzkampagne gegen das Familienunternehmen Reimsma instrumentalisiert, das 1929 etwa 78 Prozent des deutschen Tabakmarktes beherrschte. Da dem Unternehmen vorgeworfen wurde, dass es unter dem Einfluss von Juden Stünde, insbesondere gerichtet auf die Zusammenarbeit des Unternehmens mit David Schnuers, der jüdischer Herkunft war, musste es sich einer Verleumdungskampagne stellen. Sowohl die NSDAP als auch die SA gingen dazu über, verstärkt solche Verleumdungskampagnen gegen diese Unternehmen zu führen, weil sie diese als eine Firma ansahen, die unter jüdischen Einfluss stand. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass der antisemitische Diskurs gegen Reimsma nicht zum Ziel hatte, das Rauchen zu bekämpfen, sondern, wie gerade von mir gesagt, den Ruf der Unternehmen zu schwächen und so das Monopol auch zu beseitigen. Paradoxerweise gründeten Arthur Dressler, Freund von Ernst Röhm, SA-Chef, und Franz Xaver Schwarz, Schatzmeister der NSDAP bereits 1929, die Sturmfabrik und produzierte Zigaretten. Markennamen wie Sturm, Trommel, Neue Front, Alarm, Zeugen von militaristischem Geist dieser Zeit. Finanziert wurde eben dieses Vorhaben durch die SA und NSDAP. Also man kann sich auch selber wunderbar belügen. Hier zwei Beispiele, Trommler-Zigarette, wie gab es eben damals und hier eine Werbung von Sturmzigaretten mit Trommler und Sturm und Neue Front und so weiter. Also auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Der wichtigste Einsatz des Antisemitismus gegen das Rauchen lag jedoch in der Kommunikationskampagne des NS-Regimes. Die Verbindung zwischen Juden und Tabak, der durch die Anti-Tabak-Kampagne suggeriert wurde, sollte den Menschen davon überzeugen, mit dem Rauchen aufzuhören. Dazu wurden die schädlichen Auswirkungen des Rauchens mit denen in Beziehung gesetzt, die den Juden im Hinblick auf die arische Gesellschaft unterstellt wurden. Viele Zeitungen, die mit der Nazi-Ideologie sympathisierten, griffen diesen antisemitischen Diskurs auf, sehr oft durch Karikaturen, die in Magazinen wie Reine Luft veröffentlicht wurden und Gesundheitsvorsorge mit Nazi-Ideologie vermischten. Hier spare ich euch jetzt die Fotos. Wenn ihr wollt, man findet sie im Netz. Rauchen wird zunächst als Dämonenverführung wahrgenommen. Auffällig an diesem Diskurs ist, dass ein klares Feindbild geschärft wird, wie der folgende Ausspruch des Rektors der Uni Jena zur Gründung des ersten Instituts zur Tabakforschung im Jahre 41 zeigt. Tabak ist ein Volksfeind wie Jude Süß, behandeln wir ihn ebenso. Und auch das Thema Frauen wurde behandelt. Die NS-Ideologie vermittelte das weibliche Ideal eines Küche-Kinder-Hausarbeit-Ideals. Ich glaube, wir alle haben diese Bilder im Kopf, was so quasi das Ideal der deutschen Frau zur damaligen Zeit war. Es wurde einerseits die weibliche Attraktivität betont, die auch durch öffentliche Gymnastikveranstaltungen zur Schau getragen wurde, sowie auch andererseits die Rolle der Frau als Mutter und Wegbegleiterin des Mannes. Somit finden wir ein Frauenbild vor, welches sich von früheren Zuschreibungen, in denen die Frau eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Mann einnahm, stark unterscheidet. Mit der nationalsozialistischen Revolution setzt sich dann eine völlig andere Frauengestalt. Überall durch, anstelle des Wemp-Typs tritt die schöne, manchmal herbe, nordische Frau. Dennoch erkennt man, dass die NS-Ideologie Frauen drastisch auf die Rolle der Mutter und damit auf die Bedeutung der Fortpflanzung beschränkt. Slogans wie Die deutsche Frau raucht nicht mehr oder Frauen, die auf der Straße rauchend angetroffen werden, werden an ihre Pflicht als deutsche Frau und Mutter erinnert, wurden bereits 1933 öffentlich plakatiert, um die Rolle der Frau bei der Rauchkontrolle und Prävention zu verdeutlichen. Die Kampagne des NS-Regimes zeigt in keiner Weise den Willen, eine Strategie zur Verbesserung der allgemeinen gesundheitlichen Lage herbeizuführen, sondern Gesundheit sollte insofern verbessert werden, als dass ideale Bedingungen zur Fortpflanzung vorherrschen. Man muss verstehen, dass der Akt des Rauchens in den 1920er Jahren ja als emanzipiert und feministisch galt. Ein weiterer Einfluss, der in diesem Kontext erwähnenswert ist, ist der des amerikanischen Werbetreibenden und Psychologen Edward Bernays, Neffe von Sigmund Freud, der für den Zigarrenhersteller Lucky Strike in den Vereinigten Staaten arbeitete. Als Marketingstratege arbeitete er daran, den Akt des Rauchens zu feminisieren, um Marktanteile zu gewinnen. Die Marketingstrategie zur Feminisierung des Rauchens zeigte in den 20er Jahren Wirkung. Die Auswirkungen waren auch außerhalb der Grenzen der USA zu beobachten, was zu einem Anstieg des Tabakkonsums von Frauen führte. Der Akt des Rauchens war also nicht nur Männern vorenthalten, sondern wurde als Akt der weiblichen Emanzipation wahrgenommen. Die scharfe Geschlechtertrennung im Tabakkonsum war aber ein Relikt des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Weder in den Jahrhunderten davor noch danach wurde das Rauchen so sehr zur Männerdomäne erklärt und zum Ausdruck von Männlichkeit stilisiert. Man kennt vielleicht auch noch die Bilder von Titelbildern von alten Magazinen, wo natürlich auch damalige Stars wie zum Beispiel Marlene Dietrich, Sexsymbol der Zeit, immer mit der Zigarette in der Hand gezeigt wurde. Die Tabakwerbung kultivierte regelrecht das Bild der besonders weiblichen rauchenden Frau, doch der verruchte Frauentypus der 20er Jahre verschwand. Die typische Frau der Werbung war blond, kräftig, fröhlich, gesund und tugendhaft. In diesem Zusammenhang hat die Anti-Raucher-Kampagne eine antifeministische Konnotation und verweist damit reduzierend die Rolle der Frauen auf den einzigen Auftrag, die arische Rasse fortzupflanzen. Dies wird auch im folgenden Zitat deutlich. Das Wort von der Frauenemanzipation ist nur ein vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort und der Inhalt ist von dem selben Geist geprägt. Die deutsche Frau braucht sich in den wirklich guten Zeiten des deutschen Lebens nie zu emanzipieren. Man ging davon aus, dass Hysterie und andere Verhaltenskrankheiten bei Frauen eine direkte Folge des Tabakkonsums seien. Manchmal wurde das Rauchen als Auslöser für diese Hysterie herangezogen, obwohl der Chirurg Theodor Billroth das genau umgekehrt sah und das auch so veröffentlichte, nämlich das Rauchen war die Antwort auf die Nervosität, die das hektische Tempo des modernen Lebens mit sich brachte. Diese Meinung setzte sich aber nicht wirklich durch. Die Anti-Raucher-Kampagne zielt in gewisser Weise darauf ab, dass sich zukünftige Mütter schuldig füllen, indem ihnen eine zentrale Rolle für die kommende Generation zugeteilt wird. Durch die Übermittlung des Frauenbildes in der Kampagne gegen das Rauchen steht das NS-Regime vor einem Paradoxon zwischen dem Willen, sein Volk und ein von der Ideologie diktiertes menschliches Ideal zu vereinen und der Charakterisierung eines zentralen Elements der Gesellschaft, die zu einer gewissen Stigmatisierung desselben führt. Die Anti-Raucher-Kampagne des NS-Regimes konfrontiert Frauen mit einem menschlichen Ideal, um ihnen das Rauchen abzugewöhnen. In der Ideologie der nationalsozialistischen Männergesellschaft zählten rauchende Frauen zu einer verabscheuungswürdigen Portellkultur. Das wirklich deutsche Mädel war auch ohne Zigarette attraktiv, so eben die offizielle Meinung. Die Tabak-Industrie widersprach diesem Ideal, indem sie das Rauchen mit einer gewissen Eleganz sowie einer Form der Sexualisierung in Verbindung brachte. Daraufhin regierte, äh nicht Sportjugendliche wurden in Verbindung mit Tabakwerbung verboten. Der Akt des Rauchens bewegt sich also zwischen dem Ideal der goldenen Zwanziger und dem weiblichen Ideal der NS-Ideologie. Was gab es aber jetzt außer diesen Slogans für wirtschaftliche Maßnahmen des NS-Regimes? Unter den vielen Maßnahmen gegen das Rauchen drücken die wirtschaftlichen Maßnahmen den Wunsch aus, den Konsum zu kontrollieren und zu lenken, indem sie gleichzeitig die Ideologie des Dritten Reiches verbreiten. Es ist dabei interessant festzustellen, dass die Maßnahmen gegen den direkten Konsum in den ersten Jahren relativ gemächlich durchgeführt wurden. Die Kampagne gegen den Tabak nahm einige Jahre vor der Machtübernahme Hitlers 1933 Gestalt an. Viele Werbe- und Einkaufsstätten der Tabakindustrie waren während der Olympischen Spiele auch 1936 werbetechnisch vertreten. Das Dritte Reich demonstrierte vor allem den Willen, ein menschliches Ideal und den Körperkult zu verkörpern, wie es mit Leni Riefenstahls Film Olympia erschien im Jahre 1938. Die in den ersten Jahren ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Tabakkonsums waren daher eher nachsichtig und spiegeln eine Politik wieder, die der Präventionspolitik zumindest ähnelt. Zu diesem Zweck ergriff das NS-Regime bereits 1939 Maßnahmen zur Bekämpfung der Tabakabhängigkeit, indem es Beruhigungsmittel zum Verkauf in Apotheken und Geschäften anbot, welche dabei helfen sollten, die Nikotinabhängigkeit zu stoppen. Eine weitere Maßnahme war das Rauchverbot an öffentlichen Orten wie Altenheime, Restaurants, Krankenhäuser und so weiter. Im April 1939 verkündete Himmler ein Rauchverbot auf dem Gelände der NS-Diab und gab damit ein ähnliches Beispiel. Man muss aber auch sagen, dass dieses zumeist missachtet wurde. Im Rahmen der Reichstagung Volksgesundheit und Genussgifte vom 5. bis 7. März 1939 bezeichnete Robert Lay, Förderer dieses Ereignisses, Tabak als den zu bekämpfenden Feind. Dieses Ereignis war ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Tabakkonsum. Es ist anzumerken, dass diese Thematik des Verbots der Tabakwerbung nicht behandelt wurde. Die finanziellen Vorteile, die die Tabakindustrie für den Staat brachte, konnten dies erklären, wie auch im Folgenden dargestellt wird. Man darf außerdem nicht vergessen, hieß es damals, dass in Deutschland, wie auch anderswo, der Tabak eine wichtige Einnahmequelle für die Staatskasse war. 1937 und 1938 betrugen die staatlichen Einkünfte aus Tabaksteuern und Zöllen mehr als eine Milliarde Reichsmark. Keine geringe Summe für eine Regierung, die danach strebte, zu modernisieren und vor allem zu militarisieren. Im Jahre 1941, nach der Erhebung neuer Steuern und der Annexion Österreichs, zahlten die Deutschen etwa doppelt so viel. Laut Reichsfinanzministerium machte die Tabaksteuer rund ein Zwölftel der gesamten Staatseinnahmen aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die deutsche Rüstungspolitik weitgehend aus dem Volkseinkommen finanziert wurde. Die 1935 getroffene Entscheidung, Tabakimporte aus dem Ausland zu besteuern, ließ die Preise steigen, trug aber auch zur Knappheit des Tabaks in Deutschland bei, die sich mit der Kriegssituation verstärfte. Zigaretten besteuert mit bis zu 48%. Jetzt ist glaube ich eine logische Geschichte. Das NS-Regime möchte an sich Tabak verhindern, vermeiden, verbieten, braucht aber zu 100% die kompletten Einnahmen. Erinnert ein bisschen auch an die heutige Zeit. Wir sind jetzt nicht im NS-Regime und wir sind ja auch nicht in einer Kriegssituation, aber auch ähnlich reagieren ja Staaten heutzutage. Man könnte es vermeiden, man könnte es verbieten, tut man nicht, weil die Einnahmen nimmt man ja dann trotzdem ganz gern mit. Das Versorgungssystem des NS-Regimes war durch die Einführung der Tabakkarte im Jahre 1941 gekennzeichnet, die es möglich machte, die Nachfrage zu regeln und zu lenken und in einem zweiten Schritt zur Optimierung der Tabakbestände beizutragen. Dazu komme ich später nochmal genauer. Ziel war es, den Zugang zu Tabak zu optimieren und gleichzeitig die Verbraucher unter Kontrolle zu halten. In diesem Sinne wurden im Jahre 1941 im Rahmen des Kongresses in Jena Strafmaßnahmen gegen den Tabak beschlossen. Zunächst sollten nicht nur die Schadstoffe des Tabaks im Fokus der Anti-Raucher-Kampagne stehen, sondern vor allem ein Kampf gegen die Industrie. Schon 1933 hat das NS-Regime Maßnahmen zur Beeinflussung von werbenden Medien ergriffen. Dies geschah aber viel mehr zur Regulierung unlauteren Wettbewerbs als zur Bekämpfung des von ihm vermittelten Inhalts. Jetzt wird es aber interessant, glaube ich, auch, nämlich jetzt schauen wir mal an, das ist jetzt alles hier das allgemeine Volk betreffend, den normalen Bürger. Jetzt schauen wir mal, wie das Thema in der NS-Führungsschicht aufgenommen wurde. Der leidenschaftliche Kampf gegen das Rauchen hätte nicht ohne Hitlers persönliche Überzeugung stattfinden können. Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Engagement gegen das Rauchen das Ergebnis einer persönlichen Aufforderung des Diktators ist. Hitler war früher übrigens auch Raucher. Nach eigenen Angaben 25 bis 40 Zigaretten am Tag. Als junger Mann, er war ja auch im Ersten Weltkrieg. Irgendwann hat er dann aber erkannt, laut ihm, welche Geldverschwendung das Rauchen war. Er beschrieb Tabak einmal als den Zorn des roten Mannes gegen den Weißen, Rache dafür, dass man ihm Hochprozentiges gegeben hat. Er behauptet auch, dass Deutschland seinen heutigen Ruhm vielleicht nie erreicht hätte, wenn er weitergeraucht hätte. Hätte er lieber mal weitergeraucht, siehe Sendungstitel. Es ist fast unbestreitbar, dass Hitler einer der stärksten Gegner des Tabaks war und es ihm daher persönlich wichtig war, die entsprechenden Maßnahmen zu initiieren. Hitler hatte lange Zeit unter den Symptomen von chronischen Hypochondrien gelitten, was zu einer allgemeinen Phobie führte. Er hatte jeden Moment befürchtet, krank zu werden. Lebensmittelhygiene war für Adolf Hitler von größter Bedeutung. Er zögerte nicht, seine Sichtweise öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Er hielt sich auch nicht zurück, die Gefahr des Alkohols in einem Artikel im Völkischen Beobachter 1926 als Gift für das deutsche Volk zu beschreiben. Sein Umgang mit Tabak ist daher kein isolierter Anspruch, sondern umfasst den allgemeinen Wunsch, seine Ernährung entsprechend seiner Wahrnehmung eines menschlichen Ideals als vorbildlich darzustellen. Der Führer hat sich seit geraumer Zeit immer mehr gegen das Rauchen radikalisiert. Es war Ausdruck seiner zunehmenden Hypochondrie, da er im warmen Tabakrauch auf sich oder auf ihn stürzende Bakterien wehnte. Auf Anordnung Hitlers unterband Max Amann, der Reichsleiter der NSDAP, für die Presse. Ende 1940 jede Werbung für Tabakerzeugnisse im Textteil der Zeitung. Ebenfalls in jedem Film. Die Gegner des Tabaks zögerten nicht, Hitlers Lebensstil in der Anti-Raucher-Kampagne zu idealisieren. Im Jahre 37 wurde Hitler als das perfekte Beispiel für Lebensweisheiten dargestellt. Interessant ist die Tatsache, dass Hitler einerseits den Kampf gegen das Rauchen personifizieren konnte, paradoxerweise aber wurde er selbst auch instrumentalisiert. Vielleicht kennt der eine oder andere noch so Bildchen, so Sammelbilder in Zigarettenschachteln. Ja, die wurde damals eben auch gemacht mit Bildern von Adolf Hitler darauf. Die Kampagne gegen den Tabak machte deutlich, dass die faschistischen Herrscher Mussolini, Franco, Hitler nicht Raucher und nicht Opfer der Sucht waren. Die Feinde des Faschismus. Roosevelt, Churchill, Stalin waren alles Raucher. Adolf Hitler versuchte, seine engere Umgebung davon zu überzeugen, mit dem Rauchen aufzuhören. Hitler ermutigte seine engen Verbündeten nicht zu rauchen und es ist bekannt, dass er diejenigen, denen es gelang, mit einer goldenen Taschenuhr belohnte. Dennoch standen Hitlers Bestrebungen, seine nahestehenden Kreise vom Rauchen abzuhalten, nicht im Eingang mit der Realität. Ob Eva Braun oder Hitlers Berater und Vertrauter Martin Bormann oder, wie die Allgegenwart der Zigaretten in Magda Goebbels öffentlichen Interview zeigt, resultiert der Kampf gegen das Rauchen nicht aus einem einstimmigen Gefühl innerhalb der herrschenden Klasse, sondern spiegelt alleine den Willen Adolf Hitlers persönlich wider. Josef Goebbels verriet auch in einem seiner Tagebücher, dass das Rauchen ein Teil seines Lebens war und dass die Abstinenz vom Rauchen nicht wirklich sein persönlicher Wille war. Goebbels versuchte ab Juli 1944 mit dem Rauchen aufzuhören, fing aber kurz danach wieder an, nach dem Anschlag auf Hitler. Dem französischen Gerichtsmediziner und Anthropologen Philippe Jarrier, ich sage den Namen sicher falsch, gelang es 2016 auf das Archiv des russischen Geheimdienstes in Moskau zuzugreifen und er hat auch die Überreste der Knochen Adolf Hitlers untersucht, genauso wie Objekte, die unmittelbar mit dem Tod Adolf Hitlers in Verbindung standen. Darunter fand sich auch ein kleines Metallobjekt von Magda Goebbels, dessen Funktion offensichtlicher Zigarettenetui war und drinnen auch die Signatur an sie von Adolf Hitler. Also so weit ging dann die Ablehnung doch nicht, dass er nicht doch Geschenke machte, um damit einem Raucher einen Gefallen zu tun. Jetzt gibt es aber nur ein Problem und zwar eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 2015 von Norman Ohlers. In dieser Forschungsarbeit wurde eigentlich herausgefunden, dass nicht das Rauchen das große Thema war in der Führungsriege, sondern dass da ganz, ganz viele auch abhängig waren von ganz vielen anderen harten Drogen. Also soweit zum Thema Reinheit des arischen Blutes sei Pflicht gewesen. Der offizielle Diskurs der nationalsozialistischen Vertreter gegen den Tabak ist offenbar viel weniger im Eingang mit der Realität. Die Sucht einiger hoher Beamte zeigt, inwieweit der Kampf gegen die Genussgifte nicht einstimmig angenommen wurde. Die Anti-Raucher-Kampagne offenbart eine zentrale Paradoxe der nationalsozialistischen herrschenden Klasse. Obwohl die meisten in ihrem Privatleben selbst rauchten, schafften sie es in der Öffentlichkeit ein gegenläufiges Bild, in dem sie vehement gegen das Rauchen vorgingen. Mir ging es jetzt der Zivilbevölkerung. Es ist anzumerken, dass 1935 35 Prozent der deutschen Bevölkerung rauchte. 1912 waren es nur etwa 12 Prozent der durchschnittliche Konsum, verdoppelte sich zwischen 1931 und 1940 von 452 auf durchschnittlich 914 Zigaretten pro Kopf und Jahr. Wie zu Beginn des Ersten schnellte der Tabakkonsum auch im Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Höhe, bevor er seit Mitte 41 wieder zu schrumpfen begann. Erst 1942 ging der Tabakkonsum in Deutschland wieder langsam zurück. Interessant hierbei ist, dass sich der wachsende Erfolg der Zigarette auf Kosten von zum Beispiel Pfeife und Zigarre entwickelte. Die Zigarre war eher ein Symbol der bürgerlichen Klasse, eher den reicheren vorbehalten, während eben natürlich die Zigarette eher die Nervosität des Arbeitsalltags widergespiegelt hat und eher zum Stressabbau verwendet wurde. Mit der Symbolik der Frauenemanzipation, individueller Freiheit und einem Hauch von Exotik brach die Nazi-Ideologie mit dem von der Tabakindustrie geschaffenen Bild, das ganz andere Symbole vermittelte. Es ist unbestreitbar, dass die Tabakindustrie eine Werbestrategie verfolgte, die dem Rauchen einen Eigenwert zuschreiben sollte, der sich symbolisch eng am Akt des Rauchens orientiert hat. Um die Auswirkung der vom Dritten Reich geführten Kampagne gegen das Rauchen auf die Bevölkerung zu verstehen, ist es notwendig, auf die Einführung der Tabakkarte nochmal zurückzukommen. Die Tabakkarte wurde allein deswegen eingeführt, um das Ganze hier zu regulieren. Es wurde festgehalten, wer darf wie viele Zigaretten in welchem Zeitraum abholen und kaufen. Es gab nämlich englens lange Warteschlangen. Seit Einführung der Tabakkarte wurde diese Warteschlange aber nicht weniger, sie wurde eher mehr. Warum? Jeder bekam diese Karte außer Juden. Männer ab 18, Frauen bis 55 Jahre. Auch Nichtraucher. Und somit hatten plötzlich auch Nichtraucher die Chance, Tabak zu kaufen für rauchende Verwandtschaft, teilweise eben auch für Männer an der Front. Und eines war auch klar, es gab auch innerhalb dieser Tabakkarten Hierarchien. Es wurde klar festgehalten, wer darf zuerst kaufen und auch welche Berufsgruppen dürfen zuerst kaufen. Ja, es konnte damit eingedämmt werden und reguliert werden. Trotzdem gab es noch ein anderes Problem. Der Tabak wurde eben immer knapper und knapper. Es wurde auch importiert, zum Beispiel aus Ländern wie Rumänien. Über 900 Millionen Zigaretten wurden da von diesen Ländern eben importiert. Darauf wieder erhöhte Steuer und der Staat verdiente und das Volk wurde wieder ein bisschen beruhigter. Es ist zu beachten, dass die Rationierungsmethode Teil einer allgemeinen Problematik war. Das war ja jetzt ja nicht nur den Tabak betreffend. Öl, Nahrungsmittel oder Kohle wurden damals ja genauso rationalisiert. So konnten pro Person fünf Zigarren oder eine Packung Zigaretten erworben werden mit diesen Karten. Das Problem war aber auch das Geld. Die einfache Bevölkerung war logischerweise nicht reich. Die Steuern wurden immer höher und somit gingen tatsächlich auch die Kaufkraft zurück. Also die Steuern wurden weniger eingenommen und das ging sich dann auch wiederum nicht aus. Somit hatte man auch überlegt, die Steuern wieder herabzusetzen, hat das aber dann letztlich nicht gemacht. Was ist auch aufgetreten? Ein Schwarzmarkt. Logischerweise, wenn das Volk sich den offiziellen Tabak nicht leisten konnte, dann gab es Schmuggler, dann gab es andere Wege und die Tabakkarte wurde auch ein beliebtes Tauschobjekt. Ja, das Dritte Reich war sich dessen voll bewusst und entschied sich im November 1941 für die Verschärfung der geltenden Gesetze zur Regulierung des Konsums. Gerade die über 55-jährigen Frauen waren benachteiligt und waren immer mehr unzufrieden. Also hatten sie dann letztlich auch noch diese Rationskarten bekommen, aber nicht aus Überzeugung, sondern damit sie wieder zufriedener sind und die Stimmung im Volk sich wieder ein bisschen bessert. Der Zorn der rauchenden Männer richtete sich vor allem allerdings gegen genau diese Damen, die sich den Nikotin ergaben, so stand es in einer Zeitung. Es traf also die Frauen, die oft stundenlang in den Kaffeehäusern sitzen und eine Zigarette nach der anderen rauchen. Diese Maßnahme ist nicht nur anekdotisch, sondern zeigt auch das Misstrauen eines Teils der deutschen Gesellschaft gegenüber der Anti-Raucher-Politik. Die Soldaten an der Front bekamen prozentual gesehen weniger Tabak, weil jetzt durften auch über 55-jährige Frauen Tabak kaufen. Die Stimmung war wieder im Keller. Also wie auch immer man es machte, es war immer für irgendeine Seite falsch. Diese Frustration der Bevölkerung war dem Dritten Reich nicht unbekannt. Die zunehmende Bombardierung deutschen Territoriums durch die Alliierten seit 1942 stellte ohnehin eine extreme Belastung für die Bevölkerung dar. Daher wollte das NS-Regime es ermöglichen, diese psychologische Belastung der deutschen Bevölkerung durch die Zuweisung nach einer Sonderration, die der Bevölkerung nach jeder Bombardierung auf dem deutschen Territorium zuerkannt wurde, abzumildern. Eine erste Wohltat nach dem Angriff in Form einer warmen Mahlzeit, einer Tasse echten Bohnenkaffees und einer Zigarette erhielten die in den zerstörten Städten lebenden Menschen daher aus der Hand der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Diese außerordentliche Zuteilung sollte eine Demoralisierung der Bevölkerung verhindern und insbesondere die Unzufriedenheit der Bevölkerung angesichts der Kriegssituation, die sich seit 1942 nicht nur an den ausländischen Fronten, aber auch von innen verschärft hatte, vermeiden. Die Sonderration wurde logischerweise positiv aufgenommen. Die Sonderzuteilung an Tabakwaren an die gesamte Bevölkerung setzte mit zehn Zigaretten ein. Hinzu kam eine Ankündigung vom 29. Oktober, ein Päckchen Rauchtabak zusätzlich. Der völkische Beobachter lobte insbesondere die Entscheidung des rumänischen Volkes nach dem Bombenangriff auf Berlin im November 1943 noch zusätzlich fünf Millionen Zigaretten zu verschicken. Ja, und jetzt schauen wir noch zu den Soldaten an die Front. Der Akt des Rauchens war immer im täglichen Lebens der Soldaten verwurzelt. Und offiziell war auch die Meinung des NS-Regimes und auch von Adolf Hitler, eigentlich eher von ihm, ein Soldat benötigt weder Alkohol noch Tabak, um an der Front richtig zu arbeiten. Offiziell war tatsächlich das Bild des nicht rauchenden Soldatens an der Front präsent. Es gab offizielle Rauchverbote, zum Beispiel auch in der Luftwaffe. Und jetzt komme ich aber wieder zu dem Thema von ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe Verwandtschaft, die halt im Zweiten Weltkrieg auch an der Front war. Die Realität war natürlich eine hundertprozentig andere. Ja, da wurde natürlich geraucht und die Nazi-Propaganda und der Körperkult, das war den Soldaten an der Front relativ egal. Ja, die hatten wirklich andere Probleme. Es war also nur maximal ein Wunschgedanke, der vielleicht in der Presse so dargestellt wurde. Aber ansonsten müsste man nicht auch offensichtlich Tabak an die Front verschicken und auch als Privatperson nicht mit der Tabakkarte Tabak kaufen, um dann diesen Tabak wieder an die Front zu schicken. Also das war kompletter Humbug, wurde allerdings in der Öffentlichkeit genau so zumindest propagiert. Ohne Rauchen ist man nur ein halber Soldat, geschrieben im Brief eines in Polen stationierten Soldaten an seine Ehefrau. Ja, das nur so als Beispiel. Trotz der Bemühung, das Rauchen der Soldaten zu bekämpfen, war sich das Dritte Reich der Bedeutsamkeit des Tabakkonsums eben deutlich bewusst, sodass das Rationierungssystem den Soldaten ein Vorrecht beim Tabakkauf zugestehen sollte. Also da sollte man schon mitdenken, als Regierung offiziell stelle ich da, es wird nicht geraucht, inoffiziell gebe ich aber den Soldaten Vorrecht, Tabak zu kaufen. Soll so sein. Was heißt das allerdings auch wieder? Es gab auch da natürlich Versorgungsprobleme. Logischerweise. Und auch da wieder, auch an der Front, Schwarzhandel. Natürlich auch da wieder Tauschgeschäft. Tabak als Tauschgeschäft. Oder Tauschwährung. So. Also, so wie man sich es vorstellt, war es. Und so wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde, war es garantiert nicht. Was bleibt jetzt von dieser Anti-Raucher-Kampagne des NS-Regimes? Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anti-Raucher-Kampagne zwei Phasen durchlebt hat. In der sehr ideologisch orientierten Phase der 30er Jahre ging es den Nationalsozialisten darum, die arische Rasse zu schützen. In der interessensgeleitenden Phase während des Zweiten Weltkriegs trat die Ideologie in den Hintergrund und das zentrale Motiv der Anti-Raucher-Kampagne wandelte sich. Nicht der Schutz der Rasse stand im Vordergrund, sondern der durch den Krieg verursachte Mangel an Tabak waren und die damit verbundene Gefahr der Frustration innerhalb der Bevölkerung. Was den Erfolg der Anti-Raucher-Kampagne insgesamt betrifft, ist Folgendes festzuhalten. Erstens. Die Anti-Raucher-Kampagne des NS-Regimes hat die Gesellschaft weder in der ersten noch in der zweiten Phase erreicht. Die vom Dritten Reich gestartete Kommunikationskampagne war nicht nur Ausdruck des Kampfes gegen den Tabak, sondern drückte darüber hinaus den Wunsch des NS-Regimes aus, die arische Rasse zu verewigen. Sie war von einem antisemitischen und frauenfeindlichen Diskurs geprägt, der im Allgemeinen die Feinde des Dritten Reiches stigmatisieren sollten. Im Jahre 1941 nahm die Kampagne eine Wendung, denn durch die Einführung der Rationskarte konnte der Kampf gegen den Tabak nicht mehr durch die bloße Auferlegung einer Ideologie geführt werden. Tabakkonsum war nicht mehr nur ein Gesundheitsproblem, sondern ein interner Sicherheitsaspekt. Josef Goebbels nahm damit einen immer wichtigeren Platz in der Tabakverwaltung ein. 2. Der vom NS-Regime propagierte Idealtypus konnte sich niemals durchsetzen. Trotz der offiziellen Kampagnen des Dritten Reiches blieb das Rauchen von Tabak in der Gesellschaft weit verbreitet. Es zeigte sich, dass die offensiv nach außen getragene Ideologie des Dritten Reiches wenig Wirkung hatte. Die Anti-Raucher-Kampagne war vielmehr Ausdruck des persönlichen Willens von Adolf Hitler. Ob man nun die Wahrnehmung der Zivilbevölkerung oder die der Soldaten sowie paradoxerweise einiger der höchsten Würdenträger des NS-Regimes unter anderem Goebbels heranzieht, so muss man feststellen, dass die Auffassung, die die Gesellschaft damals hatte, gegenüber der Politik des Dritten Reiches unverändert blieb. Dies zeigte sich insbesondere darin, dass es dem Dritten Reich nicht gelungen ist, den Tabakkonsum zu reduzieren. Dieser ist sogar stetig gestiegen. Und drittens ist der letzte Punkt. Die Anti-Tabak-Kampagne hat vielmehr dazu beigetragen, die Gesellschaft zu spalten. Durch die Etablierung der Rationskarte wurde auch die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, eine Lösung für die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der zunehmenden Versorgungsschwierigkeit zu finden. Insbesondere betont die Anti-Tabak-Kampagne einen antifeministischen Charakter, der die Rolle der Frau, auf die der Mutter reduzierte, die Aufgabe hat, die arische Rasse aufrechtzuerhalten. Durch die Entwicklung des Schwarzmarktes zeigte sich, dass das Dritte Reich nicht in der Lage war, ein gerechtes Versorgungssystem zu etablieren, das die Bevölkerung befriedigen konnte. Die Rationskarte, die eine Lösung sein sollte, hatte nur das Misstrauen der Bevölkerung verstärkt, weil sie von vielen als ungerecht empfunden wurde. Und das alles eigentlich nur, weil sich unser heutiges Geburtstagskind etwas eingebildet hatte. Niemals hätte ich gedacht, dass das Thema Rauchen und Drittes Reich in irgendeiner Weise ein ausgiebiges Thema werden könnte. Und jetzt merke ich, es war ein viel zu großes Thema sogar, denn natürlich sind wir locker über die 45 Minuten drüber. Stellenweise vielleicht wieder ein bisschen schwerere Kost, weil A vorgetragen, B mit Sprachstörungen vorgetragen, perfekt, und C inhaltlich natürlich auch kein Juhu-fröhliches-Hurra-Thema. Trotzdem fand ich es sehr, sehr passend, das genau heute hier zu erzählen. Und es zeigt vor allem auch eines, dass egal in welcher Zeit man lebt, die Regierung es auch heute nicht schafft, wirklich das Rauchen vernünftig zu regeln und zu unterbinden, wenn es doch so dagegen ist. Damals auch nicht. Damals ging genauso wie heute Geld vor der Gesundheit des Volkes. Ich glaube, zu hart darf man das schon sagen, dass es auch heute nicht anders ist, als im Laufe des Dritten Reiches. Das war 45, das Magazin, wer jetzt noch nicht weggeschlafen ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier schüttet es wie blöd. Aktueller Spendenstand noch, 95 Euro, denn ich habe beschlossen, durch die ausgefallenen Sendungen 50 Euro in der Sparschwein reinzugeben. Viva con Agua freut sich. Heute kommt auch noch wieder was obendrauf. Es gibt wieder pro überzogene Minute 5 Euro in Sparschwein. Ende des Jahres wird abgerechnet. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge oder nächste Woche. Bis zum nächsten regulären Stream. Tschüss.